Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle zeige ich Ihnen nun, wie wir das CareStream-DVT-Programm in der Version 3.5.18 installieren. Wir brauchen dazu die Installationsdatei, die wir entweder als Interessent hier als Download, als ausgepackten Download in unserem Ordner mein erster Befund liegen haben, oder aber Sie haben es von mir im Kursmaterial bekommen, dann liegt es im Ordner der Software vom Kursmaterial. Nun, wir springen jetzt hier in den entsprechenden Unterordner, das ist die Version 3.5.18, wie man hier sieht, und starten das Programm CareStream 3D Suite EXE. Das Programm wird nun gestartet, ich muss hier für meinen PC dann noch abnicken, dass ich an der Stelle eine Installation ausführen will. Es kann auch sein, dass Sie nach Ihrem Passwort gefragt werden, das ist je nachdem, wie Ihr Computer eingestellt ist, dann verschieden. Wir sind jetzt hier im Anwendungsmodus, dann gehen wir auf Zahnmedizin, wir gehen in den erweiterten Modus, bitte nicht in den einfachen Modus, damit wir alle Optionen für das Programm dann später zur Verfügung haben. Und jetzt muss man ein Weilchen warten, bis das Programm hier installiert wird. Es kann sein, dass das bei Ihrem eigenen PC, was Sie jetzt hier sehen, etwas länger dauert. Das liegt daran, dass ich zum einen hier eine sehr schnelle Festplatte für das Videotutorial hier verbaut habe, damit es ein bisschen schneller wird beim Zuschauen. Das ist eine sogenannte SSD-Festplatte, die die Daten sehr, sehr schnell in den Arbeitsspeicher lädt. Und ich habe hier einen PC, der einen sehr schnellen Chip drauf hat. Das ist ein i7 einer neueren Generation, also ein sehr rechenstarker Computer. Und zusätzlich habe ich hier noch eine leistungsstarke Grafikkarte verbaut, die dann später bei der Anzeige der 3D-Daten dann entsprechende Leistung liefert und ein ruckelfreies Bild liefert. Und das ist das, worauf es dann später darauf ankommt, dass man also keinen Versatz hat beim Betrachten, dass das Bild nicht wackelt, wenn man also die Objekte zum Beispiel dreht oder die Implantate bewegt, damit man einen flüssigen Bildaufbau hat und dann auch sehr gut am Ende damit arbeiten kann. Wir sehen jetzt hier, die Installation schreitet fort. Das Programm selber kommt aus Frankreich. Wir sagen gerade zwischendurch etwas französischen Text. Und jetzt ist die Installation der CareStream 3D Suite in der Version 3.5.18 abgeschlossen. Das heißt, wir haben den 3D-Führer und noch ein paar kleine Zusatzprogramme, die wir jetzt im Kurs oder in der Demonstration hier nicht so furchtbar dringend brauchen. Wir gehen auf Fertigstellen und damit ist unter Windows 10 hier zumindest alles erledigt. Wir sehen jetzt hier, dass da kein Icon auf dem Desktop liegt. Das können wir kurz beheben, indem wir also auf den Windows-Start-Button hier gehen, unter C wie CareStream hier unter den Apps suchen, was da letztendlich hier sich unter CareStream verbirgt. Wir ziehen mit der linken Maustaste dieses Icon-Symbol, indem wir die Maustaste festhalten, einfach hier auf den Desktop und dann haben wir das entsprechende Symbol für das CareStream-Programm dann auch an die richtige Stelle gelegt. Die Installation ist damit abgeschlossen und das Setup, das heißt die Einstellungen für das eigentliche Programm, zeige ich in einem nächsten Video.